einen wunderschönen guten morgen hier auf dem roßfeld richtung hohen göll heute starten wir mal auf dem göll 2500 meter und für uns geht es jetzt erst einmal da runter circa 150 meter und dann da rauf Richtung Putschela Haus und da dahinter im nebel der göll und da haben wir schön runtergekommen circa 150 meter abwärts und jetzt geht es da rauf Richtung Putschela Haus oder da oben geht es rauf auf dem göll ja 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 Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018